Willkommen zurück zu Ahead in Time. Ich würde sagen, ohne langes Geblabber fangen wir direkt an mit dem Rüstzusammenbruch von Dead Bird Studio. Verirrt, wenn du doch nur die Kamera oder etwas hättest, dass die Zeit pausieren kann und dich umschauen lässt. Okay. Also, da gibt einen den Tipp, dass man hier die Kamera-Modus benutzen soll, um die Zeit anzuhalten. Das ist eigentlich eine sehr gute Taktik. Das mache ich sogar tatsächlich. Das werden wir sowieso nicht gebrauchen, diesen Anstecker. Drücke Back. Was ist die Taste dafür? 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 Nee. Willst du herausfinden, was die Taste dafür ist an Controller? Gibt es keine? Selbst wenn ich Back drücke, passiert nichts. Q? Wait. Wait, 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 wait. Ich weiß nicht wieso, aber aus irgendeinem Grund ist das Menü, also hier das Einstellungsmenü, super verbuggt bei mir, stürzt immer das Spiel. Also, Softlock immer das Spiel. Ja, aus irgendeinem Grund funktioniert es jetzt, nachdem ich neu gestartet habe, obwohl ich keine Tasten geändert habe. Ja, das ist tatsächlich ein sehr guter Tipp, um zu gucken, hier, wo, was, was sein könnte. Und das werde ich auf jeden Fall noch benutzen. Safe. Aber jetzt müssen wir uns erstmal darauf konzentrieren, das Level zu schaffen. Ich gehe mal davon aus, dass hier die Missionen ungefähr die gleichen sein werden, wie beim anderen Level. Hier kann ich nach oben gehen. Können hier oben gehen? Okay, kann ich nicht. Hier ist eins, wahrscheinlich von dort aus rüberjumpen. Das macht am meisten Sinn. Oder wo kommen wir von hier aus? Ne, ich glaube, von hier aus rüberjumpen, ne? Probieren wir das mal direkt aus. Ah, das geht sogar. Okay, die anderen habe ich auch schon gesehen. Eigentlich mag ich das nicht. So, in so ein Menü zu schauen, weil... Mach einfach das Level. Keine Ahnung. Das ist, als würde ich mir 20 Minuten lang irgendwie, bevor ich eine Challenge anfange. Das ganze Layout anschauen von dem Level. Weiß nicht, ich finde, das muss nicht unbedingt sein. Ich glaube, jetzt habe ich alles. Ich ignoriere auf jeden Fall jetzt alles andere Mal. Was war die Challenges nochmal? Superschnell schaffen und alles einsammeln, ne? Mein Ziel ist es jetzt gerade, auch wenn ich jetzt übelst verblödert habe mit der Zeit hier. Ist es auf jeden Fall, alles einzusammeln. Oh, no. Das war lustig. Whee. Hier wird irgendwas safe sein. Ja, okay, dann guck ich ja kurz nach. Wo, hinter mir? Oh, Gott, ich verschwinde übelst viel Zeit. Und ja, ich kann mich an dieses Level sehr gut erinnern. Weil ich mag das Level nicht. Das Original-Level. Und ich weiß auch nicht, wo ich lang muss. Oh, Gott. Oh, Gott. Das wird... Während ich das erste richtig geliebt habe. Ich glaube, das hier werde ich hassen. Bin ich ganz ehrlich mit euch. Einfach, weil ich das normale Level schon nicht mag. Und ich gar nichts sehe. Und die Zeit... Ist jetzt schon vorbei. Ich sehe halt nichts. Und ich kenne mich hier nicht aus. Ja, klar habe ich das schon mal gespielt hier. Aber... Als ob ich mich noch an alle Wege hier erinnern könnte. Komm, gib her. Hier ist nur Geld. Hier ist nicht mal irgendwas. Oh, Gott, ey. Okay. Und da unten ist auch nochmal was. Okay. Haps. Ich weiß nicht mal, wo ich bin. Oder wie ich mich retten kann. Ja, beim ersten Versuch werde ich sterben. Wegen dem Zeitmangel. Ich habe mir jetzt schon so viel Zeit verschwendet. Ich glaube, das war alles hier... Oh, Gott, Alter. Hallo. Hoch da. Peace. Oh. Ha. Okay. Hier dürfen wir uns nicht erwischen lassen. Das war das, ja. Ich erinnere mich. Äh, äh, lass mal gucken, lass mal gucken. Da hinten ist eins. Hier oben ist eins. Und das war's, glaube ich. Das heißt... Das heißt, wir können jetzt schon wieder weg. 40 Sekunden, bis wir nicht gestrückt. Bis wir nicht gestrückt. Wir dürfen uns nicht treffen lassen. Genau, da war noch was. Nein! Boah, das verschwindet extrem viel Zeit. Ah, ja. Das ist das, äh. Wo ist überhaupt das letzte Ding? Ich habe es doch irgendwo gesehen. Da hinten ist es. Okay. Okay, ich glaube, bisher ist nur der zweite Raum der Schmerz. Hier ist noch eins. Äh. Wie kommt man da ran? Was zum Teufel? Ja, die Zeit ist um. Und die Zeit ist um. Was zum... Jetzt mal ohne Witz. Äh. Hat das was hiermit zu tun? 5 4 Nein! 3 Wie komme ich da ran? 1 2 5 Das gucke ich jetzt. Okay, ich werde jetzt diesen Run, oder generell, werde ich das Ganze hier jetzt Stück für Stück abgehen. Und zwar habe ich wieder mal einen Guide gefunden, der mir perfekt sagt, wo ich genau lang sollte. Für alle Ponds Prozent. Für alle Ponds Prozent. So nenne ich das jetzt mal. So, und zwar, wie wir es hier gemacht haben, war schon fast richtig, also fast richtig, richtig, meine ich. Wenn wir halt hier speeden wollen. Und zwar nicht da hoch gehen, sondern einfach direkt hier rüber springen, das einsammeln. Gott, Zeit wird übrigens knapp. Und hier, die Robes sollen einem tatsächlich helfen, hier hochzukommen. Ich habe die einfach ignoriert beim ersten Mal, aber ja, die sollen einem hier helfen. So. Okay, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher bei dieser Route, aber ich gebe auf jeden Fall mein Bestes. Und zwar, ist hier ein Pond. Das wissen wir ja schon. Den können wir auch einfach so Damage nehmen, ist egal, hier sind sowieso direkt Herzen. Schwendet keine Zeit. Wir wollen, wenn wir es so schnell machen, da hinten eins einsammeln. Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt gesehen habe, aber hier hinten ist eins. Oh no. Oh Gott, ich lasse mir sehr viel Zeit, ich weiß. So, dann das da drüben, was wir hier sehen. So, die Box, es gibt nur Geld, ist komplett egal. Verschwendet nur unsere Zeit. Da drüben ist eins. Das nehmen wir. Springen dann hier wieder rauf. Und dann das, was ich übersehen habe. Hier oben, kann man mit dem Ding rüber. Und dann boing, boing. Das da drüben, ah, verdammt. Das da drüben ist das letzte Ding. Wenn man da runtergefallen ist, dann muss man hier halt den langen Weg gehen, um wieder hochzukommen. Ob man es jetzt noch schafft? Ich denke schon. Aber wie gesagt, das wird übelst knapp am Ende. Ah, nein! Ich will es noch mal. Äh, okay. Also, ich habe es jetzt noch zwei weitere Mal verkackt. Und dann habe ich, also einmal habe ich es noch verkackt. Und dann habe ich drei Leben insgesamt verloren. Und wenn man drei Leben in diesem Level verliert, dann muss man warten, bis man es neu versuchen kann. Weil ich wurde auch irgendwie rausgeschmissen aus dem Spiel. Bin irgendwie reingegangen. Und auf einmal sehe ich das hier. Ja gut, dann warte ich jetzt die Zeit einfach brav ab. Und, äh, ja, verstehe ich nicht ganz, warum man das macht. Um ehrlich zu sein, sehe ich jetzt keinen Sinn hinter. Aber gut, dann warte ich halt. So. Versuchen wir es noch mal. Nein! Äh, ja, ist ja nie was passiert. Neuer Versuch, neues Glück. Und, wir haben es. Schön. Jetzt können wir hier raus. 80 Sekunden sollten gut aussehen. Und das gucke ich hier schnell nach. Okay, das ist crazy. Also, hier links direkt. Den hier einsammeln. Easy peasy. Den hier einsammeln. Easy peasy. So, dann wollen wir hier hochklettern, ne? Ist klar. Das kennen wir ja schon, das Hochklettern, alles. Das ist nichts Neues. Hier an denen vorbeischleichen, ist auch nicht schwer. Hier rüber. Hier bei denen. Darüber. Den hier einsammeln. Easy, ne? So, und jetzt. Hier kann man einfach durchlaufen. Wow. Also, ich dachte, ich hätte alles Mögliche probiert und gecheckt, aber scheinbar habe ich das nicht. Wow. Egal, was auch immer. So. Und das war dann noch dieser Raum. Und da letzte Ebene. Naja. Oh Gott, okay. Es gibt hier nichts anderes mehr. Hier ist das Ziel. Ah, sechs Sekunden. Nein. So, eine knappe Weg an den 30 Sekunden Run. Oder? Oh, das zählt noch, oder? Es zählt noch. Let's go. Wie geil. Das ist ja übelst geil. Da muss ich es leider nicht nochmal machen. Feier ich. Bonk. Und als Belohnung kriegen wir eine Farbe. Und zwar... Bonk. Metallisch tunkt dich in Farbe ein. Ist das jetzt Metal Mario, oder? Ähm. Wo sind unsere Augen? Ähm. Also. Äh. Ja, gut, ne? Ich meine, es hat was. Ach, stimmt. Vor allem mit dem Auto, wirst du gerade anhaben. Oder ist es das überhaupt noch? Auf jeden Fall sieht das irgendwie aus wie so ein edler Ritter. Keine Ahnung. So ein dreckiges, metallisch... Warte, was? Wir machen sogar Metall-Sounds? Wird gerade sagen, lustig wäre noch, wenn wir so Metall-Sounds machen würden, wenn wir uns bewegen. Das ist wirklich so. Wollen wir landen. Cool. Oha. Hä? Neue Fackel. Die andere haben wir auch noch nicht gemacht. Keine Sprünge. Sammle irgendein Zeitstück. Ohne zu springen. Das haben wir doch schon mal gemacht hier drüben. Bei... Mafia-Sprünge. Hier, Mafia-Sprünge. Oder? War das das? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ähm, Bonus, so haben wir vier Stücke, um zu springen. Und Bonus, schließe sie Zugsause ab und zu springen. Durch gutes Tonnen-Tippen von dem Hut. Ja, das weiß der schon. Okay. Ja, ich würde sagen, das machen wir andermal. Weil ich wollte auf jeden Fall jetzt erstmal dieses Level machen. Zehn Sekunden bis zur Selbstzerstörung. Damit wir noch mehr Druck bei uns haben. Schließe nämlich Zugsause ab. Wenn ich von zehn Sekunden rede, meine ich es auch. Du beeilst dich besser, Kleine. Okay. Er ist dabei. Ich gehe mal davon aus, dass das hier... Äh, mit ganz vielen Uhren zu tun hat. Geht's recht los mit zehn Sekunden? Nee, oder? Nee. Noch ist es schon nicht. Okay. Bombe. Ja. Wortwörtlich Bombe wird der Film. Was? Was? Was ist passiert? Ach so, weil ich keine Sprünge angemacht habe. Oder? Hey, ich... Ich dachte gerade so, was ist denn jetzt los? Ich habe gesehen, wie ich ganz viele Sachen verkackt habe. Boah, hätte ich jetzt darauf geachtet, dann hätte ich direkt sehen können, was ich gleich machen muss in der Mission. Aber egal. Ja, das schalten wir auf jeden Fall mal aus. Hier, das ist sowieso schon an. Kann man mehrere anhaben? Kann man mehrere anhaben? Das ist cool. Ja, machen wir jetzt erstmal aus. Ich will einfach nur das Level erstmal schaffen. Die Funke machen wir später, okay? Gut. Ha, 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 ha. Okay, auf einen neuen Versuch. Darf ich jetzt springen oder sterbe ich jetzt wieder instant? Lass mal sehen. Nee, jetzt scheint alles in Ordnung zu sein. Und, let's go. Und, let's go, sagte ich. Let's go. Können wir skipten? Skip, 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 skip. 9, 8, 7 Wow, oh wow, wie unlucky Was ist das denn hier? 3, 2, 1 Okay, 20 Sekunden Wow, hier geht alles zu Warum in der Hölle geht hier alles zu? Warte, hier ist noch ein Kopf Oh, eine Mission wird es sein Sammle alle Dinger ein Und das versuche ich schon mal direkt Weil warum nicht Wenn ich schon mal dabei bin Ich habe was übersehen, oder? Ist die Tür offen? Ist die Tür offen? Was habe ich denn übersehen? Ach die Dinger Lol Ne, noch irgendwas Oh Oh Gott, das muss man ja erstmal wissen Das war aber früher Was heißt früher? In einem normalen Level Ist das aber nicht so, oder? Oh Gott Ich sammle die direkt schon mal ein Weil ich weiß, ich wusste sie einsandelt später Nein, nicht goodbye Nein Okay, jetzt habe ich mehr Ahnung Jetzt schaffe ich das easy Easy first try So wird es aussehen Nein, nein, nein So sieht das hier nicht aus Aua Aua Verdammt Lass mich hier zu leicht Ablenken von den ganzen Sachen, die ja Passieren Okay Die kann ich jetzt noch aktivieren Bro, ich muss noch hoch Okay 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 Ich habe alle getroffen Und ich habe noch 20 Sekunden übrig Also alles chillig Mehr oder weniger Gott Hat geht Du musst doch schon einsammeln Wenn ich da lang gehe Ja Was passiert jetzt? Achso, rüber Rüber, rüber Oh Gott Schon was her, als ich selber gespielt habe Eigentlich Das ist richtig gespielt, aber ja nicht War der ein Sticker? Keine Ahnung Ist auch egal Gewehr Gewehr Keine Uhrzeit mehr Keine Zeit mehr Nicht Egal Was auch immer Aua Danke, Spiel Ich kann nichts machen Ich kann mich halt For real Nicht bewegen Wenn ich einmal unter Brand stehe Ich verstehe das nicht Ich kann mich nicht bewegen Wenn ich unter Brand stehe Die sind so schnell am drehen Jetzt verfügbar für diesen Todeswunsch Ja, schön und gut Ah, stimmt Vielleicht so rumzulatschen Ist vielleicht besser Oh, töte jeden Gegnertypen Das gehörte dazu Oh Alright Cool I guess Das ist eine freaking Bomb Ja, das ist eine freaking Bomb On the train Da hast du schon recht Alter Alter Nein Was zur Hölle Nein Nein, bitte Okay Ich bin nicht Resettet worden Schön Schön Hoch, hoch, hoch Weiter geht's Immer weitermachen Direkt weitermachen Äh, okay Das muss man hier langsam angehen Weil sonst, ja Wenn dich einmal treffen lässt Es ist komplett game over Du kannst nichts mehr machen Äh Ich hab mich sehr oft treffen lassen Ähm Ja Das ist passiert Aber hier sind viele Leben So, aufpassen Das Ding ist übelst Verrückt Ja, hiervon kannst du dich nicht recovern Ja, du kannst dich da nicht Was soll ich da machen? Hallo Wow Habt ihr es gesehen? Bin wir stuck Okay, das Ding aber jetzt Tatsächlich sehr gut in der Zeit Sehr, sehr gut in der Zeit Das hat jetzt wieder ein bisschen Zeit weggenommen Leider Okay Naja Das kriegst du noch nicht hin Mein Problem ist halt danach Zu recovern Ich lebe noch Oh mein Gott, wie hab ich das gemacht? Oh nein Wo bin ich hier? Bei Mario Galaxy? Ich muss alle aktivieren Gehe ich mal jetzt stark von aus Ohne Treffer Oh, ohne Treffer Oh mein Gott Wie gut lief das denn jetzt bitte? 30 Sekunden übrig Ich muss mich kurz konzentrieren, Freunde Ich weiß, ich bin jetzt leise Ja, es ist vorbei Ja, bis klar Ja Okay, auch nicht so schlecht Würde ich mal behaupten Das geht eigentlich Komm, hallo Ich drücke halt Aber der macht nichts Ich hab ne Idee Ich hab ne Idee Oh mein Gott Warum ist mir das nicht früher eingefallen? Oh, sag aber nicht Ja Ich schaffe das Level Ohne das zu machen Egal Erstmal Erstmal jetzt das hier machen Erstmal jetzt ignorieren Was ich gemacht hab Ich musste das machen Um es überhaupt einzusammeln Ich musste das ja so oder so Nochmal neu machen Wegen den Missionen 100%ig Das ist ja keine Frage Das ist ja fast schon ein Fakt Hallo Rüber Rüber Boink Hab ich wohl vergessen Hau mal Ich hoffe, ich hab bisher noch nichts übersehen Das kann natürlich auch immer mal sein, dass ich das übersehe Warum geht's ja eigentlich übelst abgerade Okay Okay So Die muss ich auch aktivieren Okay Hier, bitteschön Die auch Okay Hier Was ist das? Achso Ah, cool Die machen zweimal Damage Ah, ach cool Ach, die machen zweimal Damage Ach, cool Wow Dass das noch gezählt hat Okay Wir sind hier wieder Keine Ahnung Wie ich den nehme Rumpel Oder die Oder die Oder Oh, das Egal So, jetzt konzentriere ich mich Äh, toll Die Dinge machen halt Einiges Raus Ja Okay Äh, hier muss ich sowieso beide berühren Ja Ich würde nicht sterben Danke Hier gibt's nichts interessantes War nicht mal geplant, aber Gut mal zu sehen Nein Nein, warum Okay, ich hab's trotzdem irgendwie rüber geschafft Wer macht Äh, warum Was denn Gott Heilung Immerhin Immerhin krieg ich das Was ist jetzt passiert Keine Ahnung Einfach ignorieren Einfach weitermachen Einfach weitermachen Und Timen Bitte Wollte ich sagen Auch wenn Zeit Eine Nein, warum mach ich das Warum Ich bin nicht tot Ich hab keine Heilung Ja, ich bin tot 40 Sekunden Wow Okay, keine Ahnung, was ich gegen den machen soll Immer noch nicht Oder generell Die Viecher verstehe ich nicht Ich kenn die auch eigentlich gar nicht Ich kann mich nicht an die erinnern Äh, Headkid Was wird das Wir haben keine Zeit für Spielereien Okay, wir haben jetzt sehr Hilfe Sehr viel Zeit Und warum wurde der eine nicht ausge... Hallo Davon Gegner? Okay Hallo Ach Junge Äh 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 Bin ich durch Bin ich durch Bin ich durch Ich bin durch Oh Oh Lassi Oh Gott Ich hab Viel zu lang gebraucht Dafür Halbe Stunde Oder so Keine Bonus Mission Hab ich wirklich eins verpasst? Das bedeutet Dann Basically Ich hab nichts erreicht Außer die Informationen Die ich sowieso online Hätte nachschauen können Okay Ich hab zwei neue Level erreicht Community Riss? Riven Jump Studio Ein Community Level? Ja und hier der Final Boss Keine Hutfähigkeiten Mit ein Treffer Held Anstecker Ich brauch erstmal Ruhe und Frieden Oh Gott Nein 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 Wir kommen zurück Nein 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 Bist No Na Yes No Nein Bis zum nächsten Mal.